moin leute und herzlich willkommen zurück zu medicine so ich habe in meiner abwesenheit mir noch mal gedanken gemacht ich habe ja drei kerzen blau gelb rot das spiel hat wieder nicht da gespeichert wo ich aufgehört habe und aber meint ich habe die kerzen wieder geholt aber wir haben ja diese räume hier mit diesen farben wir haben ja unter anderem wir haben gelben raum grün raum hinten ist ein roter hier ist ein blauer und ich habe mich gefragt in diesem in dieser zeit epoche wo die roller da so ein geständnis gemacht hat an der bank das muss ich mir wahrscheinlich noch mal anhören habe ich da eine kerze gefunden weil ich habe vier farben und dieser komische raum den ich da hinten gefunden hat hat ja drei podeste das heißt ich muss höchstwahrscheinlich vier kerzen haben und entweder pro zeit epoche eine kerze platzieren oder ich muss die kerzen vielleicht je nach farbe sortieren das hatte ich ja schon mal gedacht aber da dachte ich ich habe ja nur drei farben das wollte ich noch einmal kurz gucken hier ja 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 ist verschlossen so kannst du mir das mal nochmal erzählen hier ja die story ist halt mega lang ich weiß nicht ob ich das hören muss ich glaube nicht vielleicht aber auch doch so und wir haben ja hier hinten hier ist kein sarg ne ne wir haben ja hier auch einen grünen raum einen roten raum gelb und blau ne das heißt doch rein theoretisch könnte die zeit epoche egal sein oder müsste ich wir haben ja hier die sagt hier ist abgeschlossen habe ich was ausgelöst ach so er kriegt die gelbe kerze sie kriegt die blaue kerze hier bleibt zu können wir die kerzen schon mal den bildern zuordnen oh Gott oh Gott oh Gott die quatscht auch aber ich muss hier noch irgendwas übersehen und da war jetzt der zeitraum ne ich muss ja irgendwas noch übersehen haben ich bin der meinung ich habe hier keine kerze gehabt ich komme auch hier nicht hinter die absperrung ist auch mega dunkel ne oh da ist noch hier ist noch eine tür war ja klar tür ist wieder verschlossen so hat dieses labyrinth hier ist hier auch dieser komische raum musste ich hier ist sackgasse hier ist eine generelle sackgasse sackgasse und hier kommen wir lang also dieser raum ist in jeder zeitepoche ja so und hier wäre der dicke mit der gelben kerze richtig wir können ja einfach mal spaßeshalber ich hoffe ich provoziere damit jetzt nichts muss die vielleicht am gelben licht Gott wo muss ich denn hier lang es kann ja sein dass am gelben licht auch so ein komischer raum ist oder am roten aha bei rot siehst du so wenig aber das bringt mir halt nichts weil mir noch eine kerze würde ich sagen fehlen würde denn ich bin mir halt nicht sicher ob ich jetzt nochmal durch die zeit reisen soll ach die quatscht immer noch ach so vielleicht muss ich ja den zettel hier nochmal lesen so er ist hier wenn er hier ist habe ich das letzte mal nicht gesehen oder habe ich nicht geguckt so eine grüne kerze er ist hier er ist aber nicht die oma ne oh mein gott kann er mich killen was war denn das muss ich jetzt die kerzen platzieren ach du scheiße ich hätte mal vorher nach den kackräumen gucken sollen oh mein gott vielleicht sind die alle gleich aufgebaut nein ich traue mich gar nicht mehr mich hier irgendwo umzudrehen das war glaube ich hinter mir hier ist dunkel hier sehe ich nichts aber ich erschrecke mich trotzdem hier ist auch so ein raum jetzt muss ich hier noch muss ich das den bildern zuordnen oder nicht warte mal wir haben eine blaue kerze ich stelle jetzt einfach irgendwo drauf bin ich tot ich bin nicht tot ich bin nicht tot habe ich das kerzen rege kerzen rätsel jetzt verkackt ist er immer noch hier oder bin ich jetzt wieder alleine also ich bin ja immer noch in dieser kirche richtig oh gott heißt das ich darf es nochmal versuchen muss ich jetzt die kerze holen grün gelb rot scheiße ok versuch nummer zwei jetzt muss ich erstmal die kerze wieder organisiert kriegen so sie betet da noch vor sich hin wo war ich denn blau ne oh ich weiß nicht ob der jetzt immer noch hier ist habe ich die vielleicht nur falsch platziert also er lässt mich ja gerade in ruhe ne aber killt der mich quasi so hier links und ne rechts die ist halt auch nicht angegangen ne bei jesus auch nicht also es passiert halt nix mit der kerze oder ich bin in der falschen zeit oh gott ich bin hier wieder weg ich muss nochmal in die zeit reisen hier bin ich verlaufen nein oh gott der killt mich doch gleich also sobald die fertig ist mit beten sterbe ich ja dann kommt dieser komische freak und macht mir die jetzt leben zur hölle ich höre hier was was ich nicht hören will rette mich ist natürlich die frage bin ich hier wirklich safe ich habe jetzt zwar die zeit gewechselt aber so ein geist stirbt halt nicht ne ist er da drinnen vielleicht hier hat sich nichts getan ok so ich test jetzt einfach mal ob hier auch nochmal so ne aber eigentlich die blaue kerze muss doch zu der troller deswegen verstehe ich nicht warum die troller eigentlich kein bild hat in dem raum jetzt ne mutter maria oder was da ist so den gang runter und rechts hier haben wir jesus und maria cool ist das vielleicht willkürlich in welcher zeit epoche ich da hin muss jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen werde höchstwahrscheinlich wieder sterben jetzt kommt dieser geist hier her gucken wie lange die noch betet in der vergangenheit vielleicht habe ich ja glück vielleicht komme ich ja ich habe mich verlaufen jetzt komme ich hier wieder nicht raus jetzt habe ich vergessen wo ich lang muss jedoch ich muss hier runter dann glaube ich rechts lang genau und jetzt links dieser komische freak scheint nicht hier zu sein ne so ich würde grün vielleicht zum schluss obwohl gelb kann man gut gucken wir machen erstmal rot rot muss bei jesus platziert werden ne ist halt so ein bisschen mega kacke weil ich keine ahnung habe was das spiel hier von mir erwartet also was ich denn im anschluss machen muss wenn ich die kerzen platziert habe und dieser typ sollte wieder kommen in der zeit epoche vielleicht aus dem sarg der da hängt möglicherweise dann habe ich keine ahnung was ich machen muss vielleicht wieder durch die zeit reisen muss ich einfach nur schneller sein als er wo ist denn hier dieser komische altar raum ich gehe mal hier ins dunkle sackgasse hier war ich doch schon jetzt müssen wir das labyrinth wieder bewältigen aber dann war ja meine annahme mit den vier kerzen richtig auf vier räume hat er doch wir hatten im blauen haben wir auch einen raum gehabt es heißt hier müsste rein theoretisch auch ein raum sein das ist der ausgang jetzt bin ich ja einmal im kreis gelaufen sackgasse eine taschenlampe wäre halt sowas von geil hier ist halt nix ne hier ist nur eine abzweigung ah aber hier ist kein jesus ist das vielleicht so ein oh nein ich muss echt möglicherweise bei ihm in der zeit epoche noch mal was platzieren ok du sagst nix auch wieder bei ihr oh nein das heißt ich muss zu dem freak in die zeit epoche zurück und gucken ob ich da das labyrinth finde also den kerzen platz ja hier scheine ich auf jeden fall safe zu sein von der zeit epoche ich bin doch nie im leben den roten altar raum in der epoche wo der mich killen will ich finde ja nicht mal hier den ausgang und ich bin hier schon dreimal im kreis gelaufen und bei 2022 hatte ich keine ne ne da ist ja alles kaputt ok das heißt ich hätte jetzt auch ganz clever sein können und hätte mir den weg jetzt hier merken können vielleicht notieren hier war ich doch eben ok wir gehen hier vorne mal links geht gar nicht ah gut wir haben jetzt noch die möglichkeit grün und gelb also ich denke mir ja gut dann werden wahrscheinlich zwei kerzen hier platziert und zwei kerzen in der zeit epoche mit dem psychopathen da freue ich mich ja richtig drauf da werde ich doch bestimmt zehnmal sterben bevor ich das geschafft habe so hier haben wir jesus die troller und ihm hier naja er bekommt gelb ne also die hinteren beiden räume blau und äh rot und grün die muss ich dann noch herausfinden ja wir können doch mal jesus ok dann gehen wir nochmal in gelben raum schauen da nochmal nach ob wir da die gelbe kerze platziert bekommen oder missverstehe ich hier etwas der typ kriegt gelb jesus kriegt rot und ausschlussverfahren halt äh die engel denn grün möglicherweise so schauen wir mal ob wir hier den raum finden ich hätte ja tatsächlich gern die drei kerzen schon platziert bevor ich die vierte geholt habe ne aber ich wusste ja nicht dass da irgendetwas aufploppt auf einmal aber zumindest ist der typ diesmal angezogen nicht wie die oma so du bist gelb und jetzt wird's scheiße ne jetzt wird's absolut scheiße im roten und im grünen raum richtig grün weiß ich ja aber rot ja bei rot da werde ich doch sterben da komme ich doch nie lebend an ok man taucht ich bin wieder da bitte tu mir nix in welchen raum muss ich nochmal blau ne blau muss ich auf jeden fall auch rein musste ich in blau rein ich hab schon wieder vergessen wo ich hin muss grün und rot blau habe ich gemacht scheiße scheiße Mensch lauf doch einfach kann ich nicht auch beten und bin sicher machen wir erst den roten oh Gott es geht schon los ich werde es nicht schaffen er ist schon hier und geh doch einfach weg das ist halt nur so ekelhaft Sackgasse und er kommt immer näher habe ich das Gefühl ne ich glaube ich bin am Arsch ich schaff das nicht das ist doch mega scheiße ich muss jetzt jedes mal in seine dämliche Zeit Epoche wo er mich absticht ich bin dann wieder hier aber die anderen beiden Kerzen sind platziert ne ja pass auf dann müssen wir das anders machen da er diese komische Schrapnelle da diesen Dämon gerufen hat so ich muss mir einmal hier gibt es noch keine Wegbeschreibung ne ne also den grünen Raum weiß ich ja aber der rote aber der kann doch auch nicht so weit hinten sein oder das wäre doch dann absolut unmöglich den Raum zu erreichen bevor wer auch immer da hinter der Gasmaske steckt mich erwischt hier ist der Ausgang ne so das heißt ich komme rein ok ich gehe dann links rechts links links ok 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 ein trockenversuch ok 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 noch so rein theoretisch bin ich hier gekommen von hier ich bin rein gegangen bis zur T-Kreuzung bin dann links und gehe dann gleich wieder rechts kann denn ja nur rechts und gehe hier links am Dunkeln und bin dann am Raum und da müsste Jesus sein ja und dann werde ich höchstwahrscheinlich sterben bevor ich grün platziere und muss nochmal in diese ekelhafte Zeitepoche grün platzieren und sollte ich denn wieder sterben muss ich mir mal überlegen was ich denn überhaupt machen soll also rein links rechts rechts links ok ich versuche das nochmal und grün ist halt einfach ne aber es ist halt auch beides hinten es wäre viel geiler gewesen wenn wir ähm gelb und grün platzieren müssen zum Beispiel oder wenn wir drei schon platziert hätten oder ich bevor dieses komische Viech da kommt ok ok rein links rechts rechts links bei dich bei dich bei dich es geht gleich los dass der auch nicht schneller laufen kann ne rechts ist rot ja ok rein hier kann ich nur links denn gehe ich links denn gehe ich rechts gehe noch einmal rechts und hier muss ich links am Dunkeln und da ist Jesus und der möchte meine rote Kerze haben irgendwas mit Jesus Blut mhm ja und wenn ich Glück habe kriege ich die grüne noch glaube ich nicht nein scheiße ich sterbe oh mein Gott ey das ist ja sowas von furchtbar Lauf Egon Lauf Lauf Luca du schaffst das Schaka und rechts nein hier rechts muss ich hier rechts ja hier muss ich rechts er ist jetzt erst nur einmal erschienen ne was ist über der Engel ist über ist das richtig ist das richtig ich yes habe ich ihn jetzt weg oh oh muss ich da hin ich lauf da jetzt hin wo ist der Freak oh das gefällt mir gar nicht gruselige Stimmung das hört sich an als ob er mir im Nacken haucht ne ich komme hier nicht raus ich muss in der anderen Zeitepoche an der Glocken ja oh Gott nein bitte lass mich noch zur Tür kommen bitte bitte lass mich noch ins nächste oh die Kamera Alter bin ich hier noch safe ich trau dem Frieden nicht ist halt immer noch nichts passiert das Ding schaukelt ich habe hier immer noch gruselige Musik warum muss ich erst zu den Glocken was ein ekelhaftes Spiel ein Schlüssel war hier irgendwo ne ach nein war das die Bälle die ich in der Glocken hörte ich würde jetzt spekulieren raten ich habe hier die Fotos so wegen den Bildern ja Hinweis ich muss wieder in diese komische Zeitepoche und die Tür aufschließen oder oder wenn der Schlüssel hier im Glockenturm war wird der höchstwahrscheinlich für den Glockenturm wieder sein gehe ich mal von aus was ein Tipp oder so ein Tipp oder so ne ok ich schätze mal ich öffne damit die Tür vom Glockenturm Glockenturm aber wie mache ich denn weiter der Typ jagt mich ja schon ich habe den ja gesehen wir hier neben dem Altar da das gefällt mir gar nicht der ist doch bestimmt da drinnen ne irgendwas ist hier noch mit dem Schild und irgendwas ist noch mit dem Sarg aber aktuell wackelt der nur und die Lichter flackern ein bisschen die Kerzen Ekelhaft oder die Tür hier ist ja auch ne Tür lass mich raus die Tür auf jeden Fall nicht ok dann wird das in der ekelhaften Zeit die paar hat die 2022 ne Tür aber glaube ich nicht das Rätsel ist ja hier noch nicht fertig mit dem hat sich noch nichts getan Green Maze das könnte halt so äh ja ja mit dem Schild hat sich noch nichts getan und mit dem Sarg nicht und ich denke mal dass das hier kombiniert ist weil es so im Sichtfeld ist Foundation ok das ist der Zeitreiseraum wir haben den Altar wir haben den großen Raum wir haben halt diese Räume in denen wir drinnen waren dann bleibt rein theoretisch in der anderen Zeit Epoche nur noch dieser komische Glockenturm hier den Schlüssel da aufschließen oder die Tür da hinten da aufschließen damit ich abhauen kann aber dahinter ist ja nichts eingez... das ist der Ausgang ne? das könnte auch der Schlüssel zum Ausgang sein natürlich aber dann würde ich ja nicht mehr wissen was mit dem Sarg passiert oder ist das ein eigenes Rätsel? das Rätsel ist sich zu rätseln was mit dem Sarg passiert das ist doch bestimmt dieser... wir sind ja 87 51 ist das passiert das ist doch bestimmt dieser komische Freak den ich jetzt davonlaufe den ich hier wieder freispiele, wa? aber ich komme ja nicht raus aus dieser verdammten Kirche so sieht Jesus immer mit mir wenn ich das trage kann mir nichts passieren hier ist auch noch ein Zettel aber da steht auch nichts drauf ne? hm... Blue Maze, ja gut, ich würde sagen wir probieren das nächste Mal den Schlüssel aus in 1951 wir werden mal gucken entweder ist das der Glockenturm wovon ich eher ausgehe oder die Tür da hinten was ich nicht hoffe weil der Weg so weit ist aber da testen wir auf jeden Fall rein ich hoffe ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei könnt ihr sehen wie ich mir hier einkacke bei diesem Spiel mittlerweile ich habe echt gedacht das ist total das ruhige Game am Anfang ja ich hoffe die Folge hat auf jeden Fall Spaß gemacht ihr seid das nächste Mal wieder da ich würde mich freuen bis dahin machts gut Ciao bis zum inscrever bis zum bis zum bis zum bis zum Vielen Dank.